Ich meine, ich war nie ein schwerer Fall oder dergleichen, habe nie Heroin oder Meth genommen, aber mal Crack und Kokain probiert und das war, naja. Aber ich war knappe acht Monate gänzlich nüchtern, als Eddie, ein alter Kumpel von mir, mir etwas vorstellte, das er K3 nannte. Obwohl ich es besser wusste, nahm ich sein Angebot an. Du hast schon von K2 gehört, Bro? sagte er. Er war schon absolut high. Spice, ja. Synthetisches Gras. Okay, pass auf, Mann. Ich blinzelte. Ich schaute zu unserem gemeinsamen Freund Todd und dann wieder zurück zu Ed. Pass auf, was? Was? Du sagtest, pass auf, Mann, und hast einfach nicht weitergesprochen. Oh, was war das Thema? K3. Oh ja, genau, genau. Du kennst K2? Ja, das sagte ich bereits. Er lehnte sich näher. Okay, pass auf, Mann. Dieser Scheiß ist wie K2 und dann haben es einige K4 genannt. Ich dachte, es heißt K3. Todd Schritt dazwischen. Okay, ignorier ihn einfach. Er ist dicht, das ist nichts synthetisches, Kev. Das ist irgendwas Neues. Warum nennen sie es dann K4? K3. Dann, warum nennen sie es K3? Er nennt es so, weil es ihn daran erinnert, auf Spice zu sein oder sowas. Aber der Scheiß ist auf einem ganz anderen Level und es ist kein Cannabinoid. Ich setzte mich in meinem Stuhl zurecht. Okay, ich will nicht. Ich mein, du erinnerst dich daran, was letztes Jahr passiert ist, oder? Ja, ja. Nein, ich versteh dich. Nur hör zu. Ich hab den Scheiß schon viermal genommen und hatte nicht einen einzigen üblen Trip. Beim ersten war ich einfach nur mega high. Nichts machte Sinn. Beim zweiten war ich wie ein Astronaut Bro. Ich glaube, ich hab gesehen, was außerhalb des Universums existiert. Okay, und was existiert außerhalb des Universums? Ich sagte, dass ich es gesehen habe. Nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber es war wild. Langsam freundete ich mich mit der Idee an. Wie lange ist man ungefähr drauf? Kommt auf die Menge und Qualität an. Er hielt mir einen kleinen Beutel voller Pillen hin. Und du kennst mich, Alter. Ich hab nur das beste Zeug. Sein Hund Muffin knurrte von der anderen Seite des Raumes. Muffin, hey. Gib Ruhe Mädchen. Ist sie okay? Klar, Mann, sagte er. Klar, Mann, wiederholte Eddie und fing dann an zu lachen. Ist er gerade auf dem Zeug? Ja, hat er es gerade genommen, als du hergekommen bist. Ich wollte nüchtern genug bleiben, um es dir zu erklären. Ähm, danke. Dank dir selbst, du lahmarschige Pflaume, sagte Eddie und fing wieder an zu lachen. Danke, Ed. Todd warf sich eine Pille in den Mund und ich tat ihm gleich. Nach einem Moment sagte er. Wie fühlst du dich? Ich? Mir geht's gut. Wie lange braucht das Zeug, damit es anfängt zu wirken? Er grinste. Solltest das jeden Moment spüren, Madud. Muffin fing wieder an zu knurren. Todd klatschte einmal. Muffin! Komm schon, Mädchen. Ich schaute sie an. Sie stand in ihrem Körbchen und zeigte die Zähne. Die Haare auf ihrem Rücken standen zu Berge. Ich glaub nicht, dass sie okay ist, Mann. Mir geht's gut. Ed, alles klar? Ich schaute ihn über. Eddie drückte gerade sein Gesicht in den Kissen der Couch. Er lachte nicht mehr. Er zitterte. Wird uns kalt oder so etwas? Fragte ich. Normalerweise nicht, sagte Todd. Aber jeder Trip ist anders und jede Person ist anders. Alles, was ich weiß, ist, dass sein Scheiß Spaß ist. Okay. Ed sah nicht aus, als hätte er viel Spaß. Eddie sieht aber ganz und gar nicht danach aus, Mann, sagte ich. Ja, nun, du weißt, wie deine Freunde sein können, Schatz, sagte meine Mom. Ich weiß, Mom. Was? Ich sagte, ich weiß, Mom. Ich bin nicht deine Mutter, sagte Pastor Louis. Oh, sagte ich. Entschuldigen Sie. Er lehnte sich von dort nach vorn, wo Todd noch eben gesessen hatte. Er sah besorgt aus, enttäuscht. Seine Ellenbogen ruhten auf seinen Knien und seine Hände waren zusammengeschlagen. Kevin, du weißt, dass du das nicht tun solltest. Ich weiß. Besonders nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte, dass ich damit umgehen könnte, denke ich. Ich starrte auf dem Flur. Die Art und Weise, wie die Farbe auf dem Teppich umherwirbelte, war so fesselnd. Das wird ein übler Trip, musst du wissen. Ich schaute nach oben. Pastor Louis trug das alte böse Grinsen, das er schon immer trug. Oder hatte er? Ich runzelte mit der Stirn. Was? Das wird ein übler Trip, sagte er erneut in einer tieferen Stimme. Todd sagte zwar, dass alle Trips, die er hatte, spaßig waren. Aber das bedeutet nicht, dass es unmöglich wäre, schlechte zu haben. Ah komm, Pastor Louis würde so etwas nicht sagen. Mann, wer zur Hölle ist Pastor Louis? Sagte Pastor Louis in Todts Stimme. Ich blinzelte. Todd saß da und schaute mich an, als ob ich meinen Verstand verloren hätte. Ich räusperte mich, aber konnte es nicht spüren. Mein alter Pastor aus meiner Kindheit, sagte ich. Muffin bellte immer noch aus ihrem Körbchen heraus. Es war ohrenbetäubend. Ein absolut fremd wirkendes Bellen. Kratzig, dunkel. Ich schaute ihn über zu ihr und sie zu mir. Sie bellte erneut, aber dieses Mal öffnete sich dabei nicht ihr Maul. Wow, sagte ich. Was? sagte Todd. Er krabbelte gerade an der Decke und schaute in einer Art zu mir nach unten, die ihm das Genick hätte brechen müssen. Echt krass, wie dein Hund bellen kann, ohne dabei seine Schnauze zu bewegen. Könntest du dich hinsetzen, du machst mich wahnsinnig. Ja, entschuldige, sagte Pastor Louis, bevor er sich setzte und wieder zu Todd wurde. Dann sagte Todd hysterisch lachend. Hahaha, Alter, ich sitz da schon. Er saß wirklich. Ich schaute nach oben und niemand war an der Decke. Wurde ein Anzeichen zu sehen, dass dort jemand vor kurzem war. Er fing noch stärker an zu lachen, jaulte und hielt dabei seinen Bauch. Ist das so witzig? Nein, das nicht, sagte Todd. Die Spinnen in deinen Ohren singen. Ich lächelte. Oh, wirklich? Was singen sie? Todd konnte nicht lange genug aufhören zu lachen und zu antworten. Aber das brauchte er nicht. Ich hörte sie auch. Alter, sagte ich. Das ist das Lied von Schneewittchen und die sieben Zweckre. Todd lachte noch lauter. Hahaha, was, Alter, was? Du hast das falsch geschrieben. Was? Geh zurück. Du hast Zwerge falsch geschrieben. Es sollte Zwerge heißen, nicht Zweckre. Was zur Hölle sind Zweckre? Ich scrollte nach oben und da war es. Zweckre. Ha, seltsam. Ha, das ist seltsam. Todd lachte noch immer. Viel zu sehr und lang, als dass es die Situation eigentlich hergab. Wie kann es sein, dass ich Wörter sehe, die ich spreche? fragte ich. Ich griff nach dem R in Zweckre, sodass ich das Wort neu ordnen konnte. Aber das R verpasste mir eine in dem Moment, als Muffin bellte. Wuff, klatsch. Genauso. Ein einzelnes Bellen. Klang wie von Satan selbst. Ich setzte mich wieder hin. Ruhig da, ihr Zweckre, sagte ich. Ich werde es das nächste Mal richtig buchstabieren. Und ob du das wirst, sagte Muffin, während ein Buchstabe nach dem anderen des Wortes Zweckre aus dem Küchenfenster flog. Alter, sagte ich. Todd, die Buchstaben entkommen. Stopp die Buchstaben. Stopp die Buchstaben. Ich kann dich nicht hören, Alter, sagte Todd in Pastor Louis Stimme oder Pastor Louis in Todts Stimme. Wer waren die nochmal? Fuck. Irgendjemand sagte, komm nach unten. Ich bin unten, sagte ich, bevor ich meinen Zeh an seinem Badezimmerschrank anstieß. Ich machte einen Schritt zurück. Ich war in seinem Badezimmer, im oberen Stock. Das Zimmer war ein einziges Chaos. Das ist… Warte, wie bin ich? Komm nach unten, sagte Muffin mit einer dämonischen Stimme. Ich konnte sie nicht sehen, aber irgendwie wusste ich, dass sie unten am Fuße der Treppe stand. Auf zwei Beinen mit verdrehtem Kopf. Ihr wisst schon, wann ein Hund so aussieht. Es war genau eines dieser Male. Ist schon okay? sagte ich. Ich zog eine seiner Schubladen heraus und warf seine Unterwäsche und Kondome auf den Boden, bevor ich eines als Schutz über meinen Kopf zog. Keine Chance, dass du mich kriegst, Bitch. Ich setzte mich auf sein Bett, aber das Bett war am anderen Ende des Ganges. Au! sagte ich, als ich mich auf den Boden gesetzt hatte. Voll auf den Arsch. Geh nach unten, sagte Muffin von so nahe hinter mir, dass sie in meinem Kopf gewesen sein musste. Verschwinde aus meinem Kopf, sagte ich. Die Kraft der Schublade wird dich beugen. Er krabbelte an der Decke und schaut auf eine Weise zu mir nach unten, die sein Genick hätte brechen müssen. Hör auf! Er krabbelte an der Decke und schaut auf eine Weise zu mir nach unten, die sein Genick hätte brechen müssen. Hör auf! Er krabbelte an der Decke und schaut auf eine Weise zu mir nach unten, die sein Genick hätte brechen müssen. Hör auf diesen Satz zu wiederholen! Welchen Satz? sagte Todd. Er war in seinem Zimmer, zumindest glaube ich, dass es er war. Mann, ich weiß auch nicht. Ich blinzelte erneut. Er war nicht mehr da und ich konnte ihn von unten hysterisch lachen hören. Heilige Scheiße, konnte ich mich selbst sagen hören. Ich klang entfernt, wie unter Wasser. Ich habe gerade absolut keine Kontrolle. Ich fing an den Flur entlang zu krauchen und er krabbelte an der Decke entlang und schaute auf eine Weise zu mir nach unten, die sein Genick hätte brechen. Ich schob den Satz beiseite und die Buchstaben schmetterten gegen die Wand und schmolzen. Ich krabbelte weiter, aber meine Hände fingen an in einer Art Treibsand stecken zu bleiben. Scheiße, sagte ich. Jetzt geht's los. Ich schaffte es zur Tür, aber die Schublade auf meinem Kopf war zu breit. Ich drehte mich in die andere Richtung, die einzige Lösung für das Problem, und ging die Treppe nach unten. Unten war Eddie aufgestanden, lief zu Muffins Körbchen und beugte sich darüber. Er lief unnatürlich. Seine Augen waren aufgerissen und sein Mund stand weit offen. Er war nicht mehr Herr seiner Lage. Muffin knurrte und bellte lauthals, aber war still dabei. Merkwürdig, sagte ich. Das wird ein übler Trip, sagte Pastor Louis. Das hatten Sie bereits gesagt, Pastor Louis. Ich frage mich nur, warum ich Muffe nicht bellen hören kann. Das wird ein übler Trip, sagte er erneut. Er krabbelte an der Decke und schaute zu mir auf eine Weise nach unten, die sein Genick hätte brechen müssen. Warum wiederholt sich alles? Fragte ich laut. Er krabbelte an der Decke und schaute zu mir auf eine Weise nach unten, die sein Genick hätte brechen müssen. Warum wiederholt sich alles? Fragte ich laut. Trink Wasser, Bro, sagte Torte. Er gab mir ein Glas und ich versuchte es verkehrt herum zu trinken. Das Wasser verteilte sich auf dem Wirbel, der sein Boden war. Oh Mann, sagte ich. Ich hab das Wasser verloren. Wo hattest du es denn zuletzt, mein Schatz? sagte Mom. Ich schaute auf das leere Glas. Ich kann mich nicht erinnern. Hey, Roy Rogers, was hab ich mit meinem Wasser gemacht, Mann? Hab ich's gegessen? Roy Rogers antwortete aber nicht. Er war zu beschäftigt, auf einem Stuhl zu schweben, der sich an der Decke befand. Flamme, sagte sein Stuhl. Roy Rogers, der auch mein Onkel Mau war, stupste sich gegen seinen Hut. Lass es mich wissen, wenn du es findest, sagte ich. Ich hätte schwören können, dass ich Muffin bellte. Es wird ein übler Trip, musst du wissen. Warum kann ich Muffin wieder bellen hören? Das muss eine Stunde oder so her sein. Ich schaute ihn über. Eddie hob gerade ihr Körbchen mitsamt Muffin hoch und hielt es über seinen Kopf. Sie war von absoluter Panik eingenommen, während er versuchte, das ganze Körbchen zu essen. Er renkte seinen Kiefer an den Seiten aus und zeigte nun exakt 14.543 rasiermesserscharfe Zähne, die die Größe von Krähenfüßen hatten. Sie bellte, 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 bellte. Ed! Aufhören. Ich! Hörte mich selbst. Sagen, sagte ich. Ich knüpfe meine Augen zusammen, schloss sie für eine Sekunde und schüttelte meinen Kopf. Ed, hör auf! Hörte ich mich selbst sagen. Warum? In seinem Gesicht lag ein Rauschen, wie wenn man seinen Fernseher einschaltet und keinen Sender auswählt. Ed, leg sie runter und nimm dieses Rauschen aus deinem Gesicht. Er krabbelte an der Decke und schaute zu mir auf einer Weise nach unten, die sein Genick hätte brechen müssen. Was? sagte Eddie und ließ das Körbchen fallen. Muffin jaulte. Ich weiß nicht, Mann, sagte ich. Dein Gesicht rauscht wie bei einem Fernsehsender, den du nicht bezahlt hast. Mein Gesicht rauscht? sagte Eddie durch das Rauschen. Er fing an, sich in sein Gesicht zu krallen. Und wer krabbelt an der Decke, schaut auf dich in einer Weise hinunter, die sein Genick hätte brechen müssen. Ich finde, der Satz ist aus dem Zusammenhang gerissen. Ich hörte seine Worte, aber sie schienen nicht aus Eddys Mund zu kommen. Tatsächlich stand Eddie auch nicht mehr da. Er war in der Küche und holte sich ein Messer. Scheiße. Das wird ein übler Trip, musst du wissen. Halt die Fresse, Pastor Louis. Ich hab's begriffen. Eddie fing an, mit dem Messer vor seinem Gesicht umherzufuchten. Willst du Hände von mir rauschen? sagte er. Willst du Hände von mir? Ich legte das Messer nieder. Edd, steh auf. Warte, nein. Ich stand auf. Eddie messerte und legte gesagt nieder. Verdammt. Ich stand auf. Eddie, leg das Messer nieder. Da geht doch. Es wird ein übler Trip, weißt du. Ich drehte mich um. Pastor Louis stand oben an der Treppe. Aber er war nicht mehr Pastor Louis. Er war eine perfekte, schwarze Silhouette. Pastor Louis, an ihm klebt die Schwärze. Komm nach oben, sagte die Gestalt. Sie klang nicht mehr wie Pastor Louis. Aber sie klang wie ein Rauschen. Fast so, als hätte sich das Rauschen selbst in Worte geformt. Ich kann nicht. Ich muss meinen Freund vor dem rauschenden Messer retten. Komm nach oben. Wiederholte die Gestalt. Komm nach oben. 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 Decke. Decke. Er krabbelt an der Decke und schaut auf eine Weise zu mir hinunter, die sein Genick hätte brechen müssen. Genick. Nick. Nick. Bellen. Runter. Von mir rauschen. 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 Jo. Wird's alles. Pastor Louis. Er krabbelt an der Decke und schaut auf eine Weise zu mir hinunter, die sein Genick hätte brechen müssen. Komm nach oben, Zwecke. Schatz. Es wird ein übler Trip, musst du wissen. 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 Ich fiel, realisierte ich. Fiel, fiel, fiel. Und es war heiß. Wo auch immer dieser endlose Tunnel hinführte, es war dunkel und heiß. Das ist gewöhnlicherweise eine schlechte Kombination, oder? Nachdem ich das erfahren habe, kann ich mit Gewissheit sagen, dass ich lieber an hellen, kalten Orten bin. Helft mir, sagte ich. Ich spürte Asphalt. Helft mir. Ich falle. Nun konnte ich Lichter am Rande der Grube sehen. Komm nach oben, sagte eine einzelne Stimme hinter mir, die wie Todd, Pastor Louis, Eddie und meine Mutter auf einmal klang. Das ist kein übler Trip, Kevin, fuhren die Stimmen fort. Es war echt und du weißt es. Was du aber für echt gehalten hast, war der Trip. Raum. Zeit. Diese Dinge sind Illusionen. Das ist das, was außerhalb existiert. Dieses Nichts ist das, was außerhalb des Universums existiert. Dieses Nichts erwartet dich am Ende. Nein. Fallen. Bring ihn auf die Füße. Komm nach oben. Und hol mir dieses Ding vom Kopf. Komm nach oben. Werde ein Teil des Rauschens. Rauschens. Bellen. Bist du okay? Ich blinzelte. Hey Junge, sagte der Officer. Bist du okay? Ich ließ meinen Blick wandern. Ich lag auf der Straße. Besorgte Nachbarn. Polizeiautos überall. Und die meisten standen vor Addys Haus. Marvin winzelte in ihrem Körbchen neben mir. Was ist passiert? Nun, du hast hier auf der Straße gelegen und geschrien. Ich falle. Ich falle. Nein. Mit dem Hundekörbchen und einer Schublade in der Hand. Und ohne Schuhe. Ich habe gehofft, dass du mir beantworten könntest, was das sollte. Ich glaube, ich wollte Muffin retten. Sagte ich. Wer ist Muffin? Der Hund? Ja. Vor was wolltest du sie retten? Mein Freund versuchte sie umzubringen. Glaube ich. Dann hat er versucht sein Gesicht herunterzuschneiden, weil es gerauscht hatte. Heilige Scheiße. Ein nur nüchterner Verstand fing an meine benommenen Worte zu verarbeiten. Heilige Scheiße. Das Zeug ist geisteskrank. Ja. Ich würde sagen, das ist deine gute Einschätzung, Vollidiot. Du hast Glück gehabt, dass du nicht von einem Dach gesprungen bist. Kannst du stehen? Der Officer half mir auf und ich stolperte zu seinem Auto. Moment. Sagte ich. Was ist mit, äh, mit Todd und Eddie? Sind sie in Ordnung? Nein, Junge, sind sie nicht. Das ist der Grund, warum man nicht mit dem Zeug herumspielt. Nun müssen wir aufräumen, was übrig geblieben ist. Setz dich. Er stand auf, um mit den anderen Polizisten zu sprechen. Und den Sanitätern. Scheiße. Sanitäter. Zwei Tragen. Krankenwagen. Ich. 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 Ich kam ganze 36 Stunden später in meinem eigenen Bett zu mir. Ich fand später heraus, dass es Eddie geschafft hatte, sich das Rauschen aus dem Gesicht zu schneiden. Zusammen mit dem Rest. Und ich hörte, dass Todd nun Zwangsjacken trug. Muffin wurde in ein Tierheim gebracht und dann zu einer anderen Familie gegeben. Was somit zumindest eine gute Nachricht ist. Mir wurde jedoch gesagt, dass die Nachwirkungen wohl nie wieder verschwinden würden. Zuerst hatte ich ihn nicht geglaubt. Ich mein, wer würde das? Und wie würdest du so eine Art von Nachricht verarbeiten? Scheiße, ich weiß auch nicht. Alles was ich weiß ist, dass ich diese schwarze Gestalt immer noch am Ende meines Flures sehen kann und sie mich bittet ihr zu folgen. Ich kann auch immer noch das Rauschen. Untertitelung des ZDF, 2020